Ich lerne Deutsch. Nummer 4320 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Entscheide dich jetzt! Donut oder Apfelsine? Was möchtest du essen? Entscheide dich jetzt! Donut oder Apfelsine? Was möchtest du essen? Entscheide dich jetzt! Donut oder Apfelsine? Was möchtest du essen? Dieses Lied weckt schöne Erinnerungen an die Vergangenheit. Dieses Lied weckt schöne Erinnerungen an die Vergangenheit. Es war eine interessante Zeit. Mein Training war erfolgreich. Die Smartwatch zeigt gute Werte an. Mein Training war erfolgreich. Die Smartwatch zeigt gute Werte an. Aus diesen Zutaten mache ich heute eine leckere Gemüsesuppe. Aus diesen Zutaten mache ich heute eine leckere Gemüsesuppe. Lange Arbeitszeiten machen mir nichts aus, aber neuerdings muss ich oft bis spätnachts im Büro bleiben. Ich hatte meine Trinkflasche vergessen, aber Nadine hatte eine zweite dabei. Ich hatte meine Trinkflasche vergessen, aber Nadine hatte eine zweite dabei. Wir starten gleich mit dem Podcast. Im Moment haben wir noch Probleme mit der Technik. Wir starten gleich mit dem Podcast. Im Moment haben wir noch Probleme mit der Technik. Unter tausenden von Anlagemöglichkeiten suche ich die besten für meine Kunden aus. Unter tausenden von Anlagemöglichkeiten suche ich die besten für meine Kunden aus. Ich kann meinen linken Arm nicht mehr so gut nach hinten bewegen. Ich kann meinen linken Arm nicht mehr so gut nach hinten bewegen. Das war nicht so gemeint. Es tut mir leid. Ich wollte dich nicht beleidigen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. und gib uns bitte ein Like. 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 und gib uns das ein Like.